Oh, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute kurze Sätze. Hoy frases cortas. Ich werde eine Party geben. Ich werde eine Party geben. Voy a dar una fiesta. Er hat seine Brieftasche gefunden. Ha encontrado su billetero. Er spricht nicht laut. Er spricht nicht laut. No habla alto. No habla alto. Ich spreche kein Spanisch. Ich spreche kein Spanisch. No hablo Español. No hablo Español. Ich habe das Eis nicht gegessen. No me he tomado el helado. Ich habe keine Katze. Ich habe keine Katze. No tengo gato. No tengo gato. Hast du ein neues Kleid? Hast du ein neues Kleid? ¿Tienes un vestido nuevo? ¿Tienes un vestido nuevo? Wird deine Schwester auch kommen? Wird deine Schwester auch kommen? ¿Vendrá también tu hermana? Wer ist das? Wer ist das? ¿Quién es? ¿Quién es? Was machst du? Was machst du? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Wann ist sie nach Frankfurt gefahren? Wann ist sie nach Frankfurt gefahren? ¿Cuándo ha ido ella a Frankfurt? ¿Cuándo ha ido ella a Frankfurt? Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Wie viel kostet die Fahrkarte? Wie viel kostet die Fahrkarte? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Cuánto cuesta el billete? So, das reicht für heute. Suficiente para hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.